Hi Leute, ich bin's wieder, SunnyGoodNewsTV. Auch das kann man mitten in der Stadt sehen. Ganz hinten seht ihr zwei Hasen und da hoppelt ein Eichhörnchen. Ihr glaubt gar nicht, was ich alles neuerdings sehe, seitdem ich versuche mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und mich nicht mehr von dem ganzen Kram, der um mich herum passiert, mitziehen zu lassen ins Negative. Alleine heute habe ich, glaube ich, vier oder fünf Videos gemacht. Guckt euch das an. Zwei Hasen, ein Eichhörnchen, mitten in der guten alten Stadt. Wunderschön. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ihr könnt euch genauso dran erfreuen wie ich. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye Leute.